Ja, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls im Swap Weapon Mod. Ja, ich bin immer noch krank und ja, es wird nicht besser. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Naja, liebe Freunde, wir sind in der Schandstadt. Wir haben in der letzten Folge den guten Klaffdrachen getötet, haben hier... Warte mal, jetzt hier muss ich aufpassen ein bisschen, denn hier kommen auch schon erste Giftspucker wieder. Das Ding hat man ja mit Möbel das letzte Mal gemacht. In der, äh, Akro-Mod. Und näher mal gucken, ob ich hier heil durchkomme. Ich weiß es ja nicht. So, geh mal zur Seite. Weg, weg! Äh, ne Keule, das ist ordentlich so schlecht. Ah, sehr schön. Die Keule ist ganz gut. Weg! Was ist das? Ein Rapio oder sowas? Das Problem ist halt echt scheiße. Das war eine gute Waffe. Oh, zum Glück. Ich hab ja auch nicht drauf geachtet. Ja, geil. Das hat wieder nur vier, ey. Nur... Äh, ähm... Ich hab ja das... Das Leuchtwahrer nicht entzündet. Das ist halt echt ein bisschen Kocke. Ähm, hm, hm, hm. Da kommen wir doch niemals heil unten an. Ich mein, ich geb mein Bestes, ja. Wie immer halt. Aber ob das was wird? So, wir müssen echt hundensmäßig aufpassen hier. Ich nehm ein paar Items mit, aber... Ja, mal gucken. Innere Kraft... Innere Kraft ist ja ja irgendwo hier. Ich meine sogar... Es war hinter diesem Vieh, wenn ich mich nicht täusche. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also hinter diesem komischen Wurm. Wenn ihr euch erinnert. So, Schattengermaschen. Der ist tot. Warum ist der tot? Und wo ging's hier lang? Hä? Okay. Was wollen die von mir? Ich glaub, hier war's falsch, ne? Wir müssen... Weiter nach vorn, glaub ich. Ne, weiter... Wir müssen ja nach unten, klar. Quatsch. Ist doch... Ist doch vollkommener Quatsch. Ich bin echt durch. Scheiße, scheiße, scheiße. So. Und... Draufbällern. So, komm. Und nochmal. Und runtergefallen. Sehr schön. Ach, Mann, ey. So, boah. Hier eine Leiter? Wo bin ich denn hergekommen? G-G-G-G-Gangen. Wo? Soll ich mal da rüberspringen? Ich bin doch hier irgendwo hergekommen. Ich weiß es nicht mehr. Ich komm, ich probier's. So. Sehr schön. Hier müssen noch Hunde kommen. Irgendwo müssten hier Hunde sein. Ach, Gott, ey. Die müssen jetzt hier kommen, ne? Da ist der Gift-Fuzzi, den ich meinte. Das ist echt scheiße. So. Ja, Bogen. Aber ich hab Pfeile. Ja. Scheiße. Ja, es macht viel Schaden. Das ist das Problem in der ganzen Geschichte. Und ich glaube, Bogen ist hier auf dem Nahkampf echt kacke. Also immer kacke. Von daher, hm. War doof. War doof von mir. Ach, Mann, ey. Ich werde noch das eine oder andere Mal eventuell husten. Denn, ja, mein Hals kratzt wie Hund. Und, ja, dann müssen wir durch. Warum sind die Hunde beim letzten Mal nicht da gewesen? Kann man das somebody erklären? Alter, nein! Ich habe doch geblockt. Die ganze verschissene Zeit habe ich geblockt. Okay, das wird nix mehr jetzt, glaube ich. Weil, wenn der jetzt... Wenn die jetzt hier... Okay, da ist ein Runde gefallen. Ja, wenn die jetzt irgendwie loslegen und Feuer spucken... Dann ist eh Sense. Okay, die habt nicht so eine Reichweite hier. Ah, scheiße, ey. Na, komm. Dann trinken wir halt was. Komm mal nicht drum rum, scheiße. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal gucken, ob ich die da vornehmen konnte. Ach, wieder der Bogen, ey. Scheiße, Mann. Gerade, wo ich angreifen wollte. So, geht weg. Jetzt habe ich ein Schild. Okay, das macht nicht sonderlich viel Schaden. Okay, das ist von Soler jetzt. Ach, kacke. Das ist doch... Das läuft echt schon noch suboptimal hier. So, okay. Und... So. Sehr schön. Nein! Ja, das war's. Alter Vater, ey. Ich meine, ja klar. Ich bin... Ich kämpfe vorsichtig, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt so rundmäßig viele Flakons zu brauchen. Also, deswegen habe ich mich gerade nicht geheilt, ja. Das hätte ich überlebt. Keine Sache, aber... Bringt es denn was mit drei Flakons da runter? Ich glaube nicht. Deswegen machen wir jetzt mal eins. Wir machen uns jetzt menschlich. Denn ich sehe da nicht so einen Sinn darin. Mit fünf Flakons da uns auf den Weg zu machen, das schaffen wir nie im Leben. Also, ich schaffe das nie im Leben. Davon mal abgesehen. Naja, ich weiß es nicht. Ach Gott. Ach Gott, ey. Ja, liebe Freunde, ähm, was ich noch sagen wollte. Demnächst läuft Demon's Souls aus. Wenn's nicht schon passiert ist, läuft demnächst Demon's Souls aus. Das ist sehr tragisch, denn ich hab's, ähm, ja, gestern durchgespielt. Und... Also, für mich gestern, ne. Für euch weiß ich nicht, wie viel ich, äh, müsste nachrechnen, wie viele Parts das jetzt noch sind. Äh, von daher läuft das jetzt demnächst aus. Danach war geplant. Day Z. Ne? Ähm, haben wir momentan noch nicht geschafft aufzunehmen. Momentan bin ich ja eh krank und ich wollte jetzt ehrlich gesagt nicht direkt anfangen mit, ja, total kaputter Stimme. Und außerdem wollten wir das ja sowieso mit ein paar anderen spielen. Äh, scheiße. Deswegen warten wir da noch ein bisschen. Und ich hab momentan auch so ein bisschen viel zu tun. Deswegen muss das erstmal ein bisschen hinten anstehen. Aber so bald wie möglich werden wir da starten. Das dauert jetzt nicht mehr lang. Ich denke mal, irgendwann, ähm, ja, Anfang, Mitte Februar werden wir da loslegen, würde ich mal behaupten. Dann sind wir da einsatzbereit. Fickt euch, Alter. Und dann können wir da ordentlich loslegen. Und dann dürfte ich wahrscheinlich auch gesund sein. Also ein, zwei Wochen aus meiner Sicht. Äh, für euch wahrscheinlich jetzt, wenn die Folge hier rauskommt, denn ich nehme ein bisschen viel Sacksoos auf momentan. Äh, nicht ganz so lang. So, zack, auf den Kopf. Ähm, ja, deswegen. Also, dann haben wir drei Projekte und dann müssen wir mal gucken. Äh, ja, kein Horrorprojekt momentan. Nein! Alter, das war so knapp. Ich dachte, ich wäre tot. So, wir wechseln mal die Waffe. Ähm, ja, momentan haben wir kein anderes Projekt. Äh, kein viertes Projekt. Und kein Horrorprojekt. Äh, Demon, äh, Demon's Horse, ja. Silent Hill muss auch noch fertig gemacht werden. Aber da Sunny und ich momentan halt kränkeln, ist es alles so ein bisschen doof. Sunny hustet sogar noch mehr als ich. Ich habe das, zumindest in den Let's Plays, äh, mehr unter Kontrolle als sie. Äh, ja. Deswegen macht das nicht so viel Sinn, wenn dann zwei Hustköpfe da rumhacken. Ja, das, deswegen warten wir da noch. Aber, das wird schon noch fertig gemacht werden. Das werden wir nicht mehr so auf die lange Bank schieben. Wir werden das fertig machen. Das sowieso. Also, das steht ja außer Frage. Dass wir das fertig machen werden. Ähm, das können wir ja nicht angehen. Silent Hill 2 vor allem, ja. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Das muss einfach, äh, das müssen wir einfach machen. Das ist ein, ja, das bin ich Silent Hill schuldig. So ein tolles Spiel. Ein Klassiker. Ohne desgleichen. Ja. Also alles, was danach kam, außer 3, will ich mal behaupten. War absolute Rotz. Und, ja, Silent Hill 2 erinnert an die gute alte Silent Hill Zeit. Die ja leider Gottes vorbei ist. Leider Gottes. Ja. Gibt's nicht mehr. Äh, zumindest keine so guten. So. Kapurz. Alter, das macht ja richtig Schaden hier. Das Ding. 600 auf zweihändig. So, theoretisch könnten wir mal zu dem da schauen. Denn da gibt's ja sowieso, ähm, Dingenskirchen. Ne? Die innere Kraft, die wir uns ja auch noch holen wollten. Und... Wir haben zwar noch nicht die Pyromantie-Flamme da, die Pyro-Flamme. Aber, ja, das macht, glaube ich... So, jetzt gehen sie hoch, genau. Oder? Ja. Die backen ja irgendwie gerade ein bisschen. Ne, die werden wir uns noch holen, aber gegen, äh, Quellack macht die, glaube ich, eh nicht so viel Sinn. Weil, die hat garantiert Feuerresistent oder so. Würde ich mal behaupten. So, das war der... Das ist das, was du meinst. Maze of Homes. Nehme ich mal an, ne? Das war genau das, was du gemeint hast. Die Attacke. Äh, das letzte Mal hab ich... Das Ding nicht aufgeladen. Letzte Mal beim, beim, ähm... Drachen, beim Klaff-Drachen, hatte ich das zwar gedrückt. Aber, da hat er das Ding nur hochgehalten. Man muss es aber festdrücken, also lange drücken. Dann erst wird das Ding aktiviert. Ja, hab ich gerade durch Zufall mal gemacht. So. Okay. 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 Wollen wir warten, bis wir eine Dingens bekommen. Lila Moosklumpen. Das meinen die zwei nicht, aber... Bis wir eine Armbrust bekommen. Ähm... Wir haben ja keine, ne? Wir haben ja garantiert keine Armbrust irgendwie dabei. Laito haben wir dabei. Das haben wir ja gefunden hier. Als wir hier reingegangen sind. Aber sonst hab ich nix. Wie haben wir den das letzte Mal gemacht? Mit Pfeilen? Ja, mit Pfeilen, glaub ich. Und da ist die innere Kraft direkt dahinter. Also ich komm nicht vorbei, ohne zu sterben. Das ist echt ein bisschen doof. Wir müssen jetzt... Ja, wir können ja nicht warten, bis wir jetzt zufällig mal... ...ne Armbrust oder einen Bogen bekommen. Das ist echt doof. Ja, komm, wir gehen erst mal vorbei. Und wir holen erst zu einem späteren Zeitpunkt. Die innere Kraft. Können wir ja momentan sowieso noch nicht benutzen. So, geh mal weg hier. So, ich wollte dich eigentlich moicheln, Onkel. Ja, bringt ja so auch nicht viel. Scheiße. Okay, was machst du? Du brüllst, du brüllst, komm. Dann ab in den Rücken. Sei es dir gegönnt. Und dir genauso. Nee, scheiße. Oh, oh, oh. So, trinken, trinken, trinken. Weg. Genau, dankeschön. Am Arsch, ey. Kacke, das hab ich geahnt. Vor allem, weil wir hier... Nein. Alter, nein, ey. Weil man hier so wenig sieht in dem Kack-Verein hier. Es ist unfassbar. Liebe Freunde. Ja. Das ist echt kacke. Wir müssen Feierabend machen. Zumindest... Was ist denn das für ein Ding hier? Es ist ein... Nee, es ist eigentlich kein Horn. Den kann man nicht reindröten. Ja. Wir müssen Feierabend machen, liebe Freunde. Ähm, ja. Wir machen die Parts mal jetzt nicht so lang. Wir machen demnächst... Wenn ich wieder gesund bin, machen wir mal längere Parts. Müssen wir sowieso, denke ich mal, machen. Denn sonst schaffen wir es, glaube ich, nicht bis zu Dark Souls 2. Mit dem Netzplecher durch. Und das will ich machen. Ähm, das soll genau an dem Tag... Bevor Dark Souls 2 rauskommen, soll das hier fertig sein. Ja. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. Ansonsten... Ja, weiß ich nicht. Kriegen wir schon irgendwie hin. Kriegen wir hin. Naja. Ähm... Dann würde ich sagen... In der nächsten Folge werde ich noch zu einigen Sachen zu sprechen kommen. Ähm, PvP-Event. Das ich jetzt diesmal ein bisschen früher planen möchte. Irgendwann. Damit sich die Leute auch ein bisschen vorbereiten können. Und eventuell nicht ganz so lang... Ähm, spielen müssen. Oder... Vielleicht einen Charakter einfach haben. Ja. Um das zu machen. Ja. Um was machen zu können. Und jetzt... Es geht's eigentlich noch. Und ja. Das werden wir eigentlich dann so demnächst mal machen. Ja. Egal. Nächste Folge... Umso mehr über das ganze Zeug. Da werde ich dann drauf zu sprechen kommen. Ich sag tschüss. Bis morgen. 16 Uhr. Let's play Dark Souls im Swap Weapon Mods. Ich sag tschüss. Bis morgen. Bis morgen.